Mein Name ist Dr. Watson, Sir. Nichts für Ungut. Und mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin Privatdetektiv. Habe ich die Ehre, mit Professor Moriarty zu sprechen. Und wer sind Sie? Mein Name ist Sherlock Holmes. Dann sind Sie wohl dieser dilettantische Detektiv. Ich bin Inspektor Destrade von Scotland Yard. Ja, ich liebe es, wenn es kracht und zischt. Der Schatz wird mehr, mehr. Lieber kriegst Holmes die Anerkennung und ich nur die Arztrechterung. Wiedersehen, Wiedersehen. Was meinen Sie, Holmes? Wie soll ich dieses Abenteuer nennen? Mein lieber Watson, nennen Sie es Ende gut, alles gut.